Dieses zu erwerbende 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Wilhelmsburg. 1900 wurde dieses Gebäude erbaut. 19. 20. 28. 29. 30. 30. 30. 31. 30. 32. 32. 33. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2513 m2 weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 100 m2 auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 45.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.